Bonjour Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind angekommen Freunde bei einem SBB um Jamal Muziala. Aktuell würde ich sagen der beste junge U19 sowieso und einer der besten U21 Spieler. Schreibt mal in die Kommentare, aktuell Pedri oder Muziala, was die Form angeht. Bin ich gespannt, beide so Kopf an Kopf würde ich sagen. Und ja, heute haben wir aber seine Goldkarte, weil die EA es nicht hinbekommen hat, Leute. Irgendeine Karte von ihnen auf den Markt als Spezialkarte zu bringen. Nicht ein einziges Mal. Nächstes Jahr Future Star. Und schreibt in die Kommentare, was bekommt ihr für ein FIFA 23 Rating. Bin gespannt, aber wir widmen seiner Form, seiner Klasse aktuell ein schönes Video. Und heute gegen Prones. Ja, was geht ab Leute, Prones ist am Start. Das ist echt geisteskalt. Keine einzige Special Card, kein Objektiv, nichts was man ziehen kann. Wir haben gesagt, FIFA nichts, nicht mal einen schimmeligen Inform oder sowas. Das ist richtig traurig, dass er einfach nur eine Non-Ware-Karte hat, weil er ist einfach so krank. Alleine was er jetzt bisher gemacht hat in den paar Spielen, die es diese Saison gab. Verrückt, völlig verrückt. Bruder, und stell dir mal vor, er wäre Engländer und würde, keine Ahnung, Rhys Musiala James heißen oder so'n Scheiß. Der wäre so gehypt des Todes, hätte 10 Millionen Follower auf Instagram, was weiß ich was. Aber ja, die Deutschen, die werden dann so liegen lassen, so gefühlt, finde ich. Mobbing, Mobbing von die Engländer, was soll man sagen. Leider, ja. Leute, wir nehmen auch bei Danny was auf, links in der Videobeschreibung zu deinem Kanal, abchecken. Ähm, was versuchen, 6.000 Likes schaffen, das Problem ist, was sagst du, Danny? Yes, wir auf jeden Fall verdienen 6.000. Komm, wir haben beide selben Formationen und Musiala beide auf derselben Position. Am Ende haben wir selbes Team, wer weiß. Halt du mal als erstes rein. Okay, komm schon, Tafel ist drin, bitte. Freunde, bevor es weitergeht, noch ein paar Tage habt ihr den Display-Rabatt. Das sind die Metall-Poster im Hintergrund. Hm, warte, vielleicht sieht man sie jetzt ein bisschen. Das hier, was ich hier habe, ist Größe L, Leute. Ihr bekommt 30%, egal ob ihr einen holt oder zwei Displays oder drei oder wie viel auch immer. Seit zwei Jahren mein Partner, ich liebe Displays, Leute. Für jede Bestellung wird auch ein Baum gepflanzt. Und Teile sind aus Metall. Ich erkläre es nur für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, also keine Ahnung. Leute, hier ist beispielsweise noch in der Folie verpackt, Dragon Ball Son Goku. Kommt auch mal hinten hin. Das kann man immer abwechseln, weil das mit einem Magneten befestigt ist. Und jeder von euch, der noch kein Display hat, gönnt euch, weil sonst habt ihr was im Leben verpasst. Das ist übrigens mein Background, wenn ihr auf den Link geht. Ihr bekommt übrigens über den Link direkt den Rabatt. Ihr müsst keinen Code benutzen. Und dann habe ich euch hier ein paar Ordner erstellt. Ihr könnt rumstöbern, das sind meine Displays. Habe ich sortiert nach Neubestellungen, nach Kindheit, nach Favoriten und so weiter und so fort. Abchecken! Jetzt gehen wir ins Video rein. Okay, es gibt ja keine Regel, dass man irgendwie eine bestimmte Anzahl an Bayern-Spieler braucht. Deswegen ist mein linker Mittelfeldspieler nicht von Bayern. Sondern vom Konkurrenten, Borussia Dortmund. Es ist Reina. Und im Sturm habe ich mich nicht lumpen lassen. Ich habe eine Karte geholt, die hat ein 98er Rating aus der Premier League. Hero Shapeshifter Ginola. Oh, ich habe Alphonse Davis im Sturm und Leroy Sané auf links Mittelfeld. Darfst du beide bauten? Das ist ja scheiße. Alter, wo hast denn du lang gebaut? Ja, das sind stabile Spieler. Wirst du schon sehen, die machen da ihre Arbeit. Ich bin gespannt, aber jetzt ist da dein Sané, äh, dein, was glaube ich, der Musialer ist und nicht so auf Fullcamp. Okay. Schauen wir mal, was du gemacht hast. Hast du die Tafel drin? Ja, ja, klar. Ja, klar. Ja, na, klar. Rechter Stimme haben wir. Leroy Zani. Zani. By the way, ist es Gnabry Veretzke. Und das heißt, er wird jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Chancen bekommen. Mal gucken. Und links Mittelfeld. Leute, ich wollte es bauen, wie die Bayern wirklich aktuell spielen. Und es ist Mané, Bro, von Liverpool. Team of the Season. Feier ich Brudal die Kombination. Wow. Okay. Hast du gerade einen Schliewowitz getrunken, oder was? Ja. Damit du deine Niederlage jetzt verkraftest. He, he. Das Ding ist, ich habe auch überlegt, mit Sané vorne zu bauen, was halt der Perfect Link ist und man dann vorne schon fertig ist. So, deswegen hatte ich den auch auf dem Schirm. Aber dass man den dann aufschreibt, ist halt die andere Sache. Naja, man kennt das ja. Aber ich habe ihn aufgeschrieben. Oh, Digga, du, du machst ihn auf. Dass du nicht aufschreibst, dann... Ja, ja, Reiner und Sané aufgeschrieben. Okay, auf jeden Fall der Joker. Jetzt hast du einfach einen Non-Rap-Bronze-Spieler am Angriff. Also, der der beste Störer, den ich je gespielt habe. Kein Nitzrespekt an Musiala, aber Danny hat gesagt, du bist Brosse. Musiala, falls du siehst, Jamal. Okay, du bekommst den nächsten drei Spielern nochmal einen erraten. Wäre geil. Ich will eigentlich bei dir im Angriff, im Mittelfeld, im Abwehr und im Tor einen erraten. Ja, am liebsten so überall von ein bisschen was. Also, am ersten Mal gehen wir mit Thiago, auch Ex-Bayern-Spieler, Leute. Ich sage euch, heute FC Bayern München im Mittelfeld und im Sturm. Sieht ja richtig gut aus. Dann haben wir Optimus Prime 100. Hat man sich nicht lumpen lassen, den Mann gekauft. Und rechts Mittelfeld gehen wir mit Anthony. Und damit haben wir eine Footies-Karte und damit kann ich jetzt irgendeinen Ehre-Divis-Spieler gleich nicken. Das mit den Footies-Karten ist echt wild, wie man die linken kann, ne? Ich dachte, du nimmst Harvards zum linken ZM, weil der wäre ja auch ein Strongling zum Manet gewesen. Ja, das stimmt. Weil er hat diese Footies-Karten am wilden Links. Aber ich habe trotzdem auch Thiago aufgeschrieben. Digger, du bist so ein Frech. Es geht, Danny, aufzunehmen. Es ist ja nicht mehr spielerisch, der andere Karte. Es ist ja... Du... Was triffst denn du immer? Munspaß, dich schicke ich, wenn ich dich in Real-Life sehe. Ich schicke dich zum Doc. Also, 50% von meinem Ziel habe ich erreicht. Gleich kommt noch Abwehrung. Okay, pass auf. Ich habe außerdem gerade die Tafel weggewischt. Das ist natürlich suboptimal. Ich glaube, linkes ZM habe ich dich an den Eiern, weil kein Mensch glaubt, dass man den hat. Ich glaube, das war eine erspielbare Karte zum Tots. Äh, Dorsch. Rechter ZM. Und rechts im Mittelfeld kann ich auch Eiern in der Premier League. Ich habe dieses Event gefeiert. Manchester United, du weißt, extra für dich habe ich den eingebaut. Jadon Sancho. Super. Ich habe Kimmich, Ricken und Dembélé, weil ich sage Franzose und so weiter. Macht auch Sinn. Hat ja auch eine coole Karte bekommen. Ey, was soll ich sagen, Mann. 2-0, was brauchst du angeht. Ich habe 100 im Team. Schau mal mein Team an. Das wird wieder alles fliegen gehen. Egal. Außer Tag, egal. Da habe ich dich wenigstens. Leute, übrigens, nächstes Jahr, also nächstes FIFA, nicht nächstes Jahr, gibt es ja neues Chemiesystem. Und es wird echt spannend, glaube ich, wie man SBB spielen wird. Also da habe ich richtig Bock drauf. Wird so richtig frischen Wind reinbringen. Und, Danny, frischer Wind wäre auch mal ein Brauserspieler bei dir so ein Keeper. Ich mache als erstes meinen Linksverteidiger. Der ist leider nicht so unauffällig. Vielleicht denkst du auch, ich habe den nicht. SBC Schmelzer. Ah, den hatte ich schon wieder nicht auf dem Schirm. Und der Rightback, der rechte Verteidiger, spielt in der Premier League bei Arsenal. Um Yasu. Schade, ich habe Trent Alexander-Arnold und Schmelzer die Schmelzer. Der darf gerne gehen und endlich mal jemanden erwischt. Anthony, Manet, die werden sich beide freuen. Brausst du Kieper, Reinder. Nein, wohl gar nicht. Aber, Alter, wenn ich meinen Sturm angucke, dann kriege ich pfeifisches Drüsenfieber aus dem Arschlöhele. Pass auf. Linker Verteidiger. Ist Regulian. Ich hätte eigentlich Thiago und Regulian. Das wäre gut für spanischen Link dann in der Mitte. Egal. Und Rechtsverteidiger. Ich hoffe, ich habe dich so ein bisschen mit Ehre-Devise und so an den Eiern. Weil ich habe Masraoui. Eigentlich, wo du den auffälligst. Aber vielleicht hast du den ja nicht, weißt du. Bitte, bitte, wo vanculo machst du mich die. Boah, das wäre echt eine gute Idee, fand ich. Aber hat nicht geklappt. Ah, Masraoui. Mann, ich bin doch Jugo mit Drogo. Warum klappen die ganzen Tricks nicht, ey? Aber du hast auch eingetroffen. Also ist okay. Ist alles gut. Eingetroffen, Schnaps besoffen. Okay, Ladies and Gentlemen. Finale Runde. Jetzt geht es ins eingemachte 3 zu 1 für Danny. Komm, zeig mal, was hast du im Team. Okay, du hast gerade richtig gesagt. Ich habe noch eine Icon offen. Und ich muss sogar noch eine Liga einbauen. Jetzt wird es also ein bisschen tricky hier. Meine Icon. Das ist Vidic. Icon Vidic. Was hast du gemacht? Linker Innenverteidiger Vidic. Rechter Innenverteidiger Gomez. Jetzt brauche ich einen Keeper. Der Engländer ist eine andere Liga. Da gibt es nur einen. Und der spielt in der 3. englischen Liga. Und das ist Cooper. Warte mal. Welchen Gomez spielst du? Den Mario oder den anderen Gomez? Nein, die sind Joe Gomez. Wie soll ich Mario spielen? Ah, Digga. Ich hatte Gomez auf der Tafel, aber den Mario Gomez. Aber der würde ja nur links Sinn machen. Also auf der linken Seite. Nein. Ich habe mich kurz echt gefreut. Naja, ich habe Volland. Ich bin voll mit Deutschen gegangen, weil ich dachte, du spielst rechts die Icon. Und Testegen im Tor. Schade. Okay. Dann bleibt es bei einer Bronze-Karte bei dir. Mal gucken, was ich dann habe. Okay. Der rechter Innenverteidiger gehe ich mit Rüdiger Rammel. Auf den freue ich mich bei Real Madrid dieses Jahr. Dann haben wir Kukurella. Neuer Transf... Ne, das... Doch, der ist zu Chelsea gegangen. Alle dachten, der geht zu City. Und im Tor habe ich dann Mondi. Wir haben drei Ligen. Das passt alles. Ist koscher. Der Kukurella hat eine Innenverteidiger-Karte? Ja, eine Innenform-Karte. So eine 84er-Karte. Mit 280 Tempo. Ich habe den vorhin als Linksverteidiger bei dir aufgeschrieben. Zählt das noch? Ja, ja. Zählt nach Ihnen, Bro. Nein, den kannst du alle behalten. Also, ich wusste, dass du in der Premier League bleibst, weil du so richtig auffällig gesagt hast. Ja, tja. Guck mal, Linksverteidiger sind beide Spanier. Ab da war klar, du bleibst in der Premier League. Aber ich habe Rolan, Walker und Techea. Irgendwie sowas. Ich muss nicht... Du kannst anscheinend Menschen gut lesen. Leute, gegen Danny. Ich werde nichts mehr sagen. Keine Joghurt-Karte-Karte. Ohne Sinn. Also, ich lade dich jetzt ein. Jamal, der alte Schnulli. Du, das ist jetzt von dem Sturm. Okay, Freunde. Wir gehen rein ins Spiel. Wir haben hier, ja, Passertrikots gegen... Ach, du bist schon wieder so wuselig unterwegs mit deinen eigenen Trikots. Ja, 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 du musst direkt zeigen, was habt ihr hier. Schlaf, Kindlein, schlaf. Oh, Musiala mit dem Pass. Nein. Musiala! Nein! Das ist die Regel Musiala trifft auch noch. Das ist die Qualität eines Non-Rails. Ehrlich jetzt. Und bei Dschungelcamp. Nein, Doshi! Das ist scheiße, Doshi. Was ist das denn? Acht Meter am Ball vorbeigedreht. Ah, Doshi ist doch Münzner gewesen. Wieso tritt er mir da? Wieso fällt er? Wieso in die Mitte? In die Mitte. Außer du sagst Mitte, springst rechts, weil genau links. Scheiße, Leute. 2-0. Jo! Hey, ich hab kurz den Säck gestellt. Was soll ich da noch machen? Ja, was soll ich da noch machen? Das ist Jamal. Was soll ich da noch machen gegen Jamal? Schönes Player-Face übrigens. Hey, Bayern-Spieler bekommen neues Player-Dings im Game-Builder bei FIFA-Round-20. Alle, Mann. Nein, man weiß gar nicht, was man machen soll. Wirklich. Ja, mit Dorsch, Bro. Hey, jetzt hör mal auf zu... Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, ich hab'n Disco-Ding, Danny. Ich ging pro, es ging verleicht. Oder bist du Wisch? Hallo? Bist du der Echter oder nicht? Erstmal ist das keine rote Karte und zweitens, die Spiel war halt schon um, ne? Das ist halt geschoben, das Ding. Nicht so lecker. Lecker, nicht so lecker. Jetzt geh ab. Ja, da ist alles frei. Da ist alles frei. Du hast Pace. Digga, ödiger, auch so schnell. Oh, der in der Mitte rennt nicht mit. Was, ein Pum, Mann. Oh, rennt der in der Mitte nicht mit. Funk, 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 Funk. Der Verteidiger bleibt stet in der Mitte. Drei, zwei, Bruder. Funk, Digga. Ach, du Scheiße, Digga. Boah, Digga, ich saß hier drüber geschossen. Alter, Paypal-Donation kommt später raus, gell. Skript ist damit jetzt erfüllt. Ein großer Skandal, gellig. Bitte, lauf, 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 bla, bla, bla. Von Bronco, Hust. Digga, ich schenk dir die Escaviza. Oh, nein. Nein, Mann. Digga, ich hab's geblieft, Mann. Das ist James Sancho's disgusting, Mann. Was war das für ein Raketenpass, ey? Ja, das ist Sancho brutal. Da. Jawohl, jawohl, jawohl. Okay, 5-3. Haben wir noch ein paar Sekunden? Beteilig, hast du einfach Luft? Ja. Ja, 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 lauf. Ach ja, stimmt. Das ist ja der Schiri, den du kennst, war von früher. Nein! Nein, das war mein, das war mein Klassenkampf. Aber da steht drüber. Schade, Digga, Mann. War spannend. Jeder ein Discard. Scheiße. Jeder ein Discard, Freunde. Wir sehen uns gleich. Ach, du Kacke. So, ich bin ready. Wer soll als erstes einen Spieler discarden? Boah, komm, du bist der Gast. Bist du zuerst dran glauben müssen oder ich? Boah, das ist gerade du mal als erstes mein Spieler. Okay, du hast die gleiche Formation wie ich, gell? Ja. Ich bin gerade, also den letzten Spieler, den ich gemoved habe, ist... Soll ich das jetzt verraten? Wird das dumm? Nee, ist der rechte Stürmer und den nehme ich einfach mal an. Rechter Stürmer. Puh, ja, meine Eiken, Wieditsch. Ja, okay. Das ist nicht schlecht. Er hätte Schlimmere gegeben, aber der ist auch schon nicht so fresh. Okay, dann nehme ich mal ein Spieler bei dir in der Mannschaft und ich würde sagen, ich nehme deinen linken Stürmer. Ja, das ist Kukurella. Rechter Stürmer wäre Mane gewesen, wäre ein bisschen belastend. Aber Leute, Kukurella, Team of the Week. Linker Mittelfeld ist übrigens Hulid und Anthony war rechts ZM. Das wären so die wichtigsten. Mein Team war generell so ein Wrack, dass mir wichtige Spieler rausgehauen. Aber damit kann ich gut leben. Das ist okay. Ja, mein SBC auf schnelle Welle. Leute, übrigens, gell? Aber du musst keine SBC machen, kannst du abstoßen. Wir sind am Ende von FIFA, Bro. Kannst du das einfach wegmachen. Ich habe heute wirklich beliebt, dass ich gegen Prons heute gewinnen kann, Jungs. Wo ist 3-3-Stand? Ich habe das Gefühl, weil du hast eine rote Karte gehabt sogar, weißt du? Ja, du hast das Spiel komplett gekippt, ey. Da war so offen alles hinten. Voll, voll. Na gut, hast du abgeschlossen, das Ding? Ja, auf Rutschen. Aber da hast du auf Reise gegangen. Auf Rutschen gekommen. Auf Rutschen. Leute, geht auf jeden Fall auf Pro-Unter-Video. Längste Videobeschreibung. Denny, hat Spaß gemacht. Und Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in zwei Tagen beim nächsten Video. Haut's ran, euer Tabak. Wir werden den Kommentar nicht vergessen. Ciao, ciao. Macht's gut, ciao. Ciao, ciao.